So, ähm... Warte mal, irgendwas stimmt mit der Belichtung nicht. Ich hab grad die Einstellung geändert. Nee, nee, du verschwindest gerade komplett hinter der weißen Wand. Es muss doch ein Ort geben, an dem die Leute nicht so scheiß-negativ und unglücklich sind. Du bleibst rein, du bleibst draußen. Warum? Lass uns abhauen. Ja. Lass uns abhauen. Überall ist es besser als hier. Bitte. Lass uns doch irgendwie so... Warte mal, warte mal. Ich brauch auf jeden Fall geile Bräunen. Gutes Web. Und... Strand vielleicht, oder so. Wir haben ihn in der Warte, Leute! Ich hab keinen Bock auf diese alte Frau. Aber auf Julio, den Dealer. Er macht heute Abend Club-Promotions? Alter, Mann, das ist ein Klein-Krimineller. Ja, und du bist voreingenommen. Na dann, Mann! Deine Gier, deine Ehrgeiz, sie macht dich blühen, Karl! Es geht um überhaupt nicht ums Geld, es geht ums um Entzug! Du weißt gar nicht mehr was wirklich zu dir. Du hast keine Ahnung. Bisschen. Ich finde, es ist ziemlich Interesse für dich, mein Freund zu sein. Ich bin ein sehr Interesse für dich, die ich bin, nie zu sein. Ich bin einiger Vater. Ich arbeite dran. Das leicht verdiente Geld am Argen. Das leicht verdiente Geld am Argen.